Wenn wir unsere Abgeordneten eingeladen haben und die müssen in Richtung Pankow, Reinickendorf, Gesundbrunn oder Wedding, also nach Norden, dann fahren wir zur Ausfahrt B96. Und wie man hier sieht, müssen wir dazu gleich wieder scharf rechts. Deswegen müssen wir nicht mehr durch das Rondell, denn die Ausfahrt befindet sich hier genau auf der Etage, wo wir die Bundestagsabgeordneten eingeladen haben. So, ganz einfach, Ausfahrt rechts, immer gerade Ausrichtung Norden und schon sehen wir die Ausfahrtschranke. Wenn das Ganze weniger als eine Viertelstunde gedauert hat, dann können wir auch hier den Parkschein einstecken, ohne am Kassenautomat gewesen zu sein. Die Schranke öffnet sich und wir kommen in die nördlichste Tunnel-Ausfahrt, nämlich die zur Minakawa-Straße, wo wir kurz danach die Heidestraße erreichen. Das war die Schulze der Kap Evolutionischen Ber noble. Das war die bist du halt auch nicht zu sehen. Vielen Dank.